Was ist ein Harnkrebs? Harnkrebs ist ein Krebs, der aus den Harnwegen stammt. Metastasierender Harnkrebs beginnt im Harntrakt und breitet sich auf benachbarte Körperstrukturen aus. Diese Art von Krebs ist bei Männern etwa dreimal so häufig wie bei Frauen, und Rauchen erhöht das Risiko, an Harnkrebs zu erkranken. Die Prognose für Menschen mit diesem Krebs hängt vom Ort des Krebses und vom Zeitpunkt der Diagnose ab. Das erste Anzeichen von Harnkrebs ist normalerweise Blut im Urin, das sichtbar sein kann oder nicht. Menschen können auch Schwierigkeiten beim Wasserlassen haben oder finden, dass Wasserlassen sehr schmerzhaft ist. Darüber hinaus haben Menschen mit Harnkrebs häufig einen starken Harndrang, können jedoch keinen Hahn produzieren. Wenn sich der Krebs auszubreiten beginnt, können die Lymphknoten in der Leistengegend anschwellen und der Patient kann Schmerzen und Druckempfindlichkeit im Unterleib verspüren. Dieser Krebs kann die Blase, die Nieren, Harnleiter, die Flüssigkeit aus den Nieren in die Blase ableiten, oder die Harnröhre, die den Urin aus der Blase nach außen ableitet, treffen. Sie wird während eines Zytoskopieverfahrens diagnostiziert, bei dem ein Katheter mit einer angebrachten Kamera in den Harntrakt eingefädelt wird, um das Innere zu visualisieren. Biopsieproben können entnommen werden, und wenn ein Harnkrebs isoliert erscheint, kann der Arzt diesen während der Zytoskopie entfernen. Behandlungen für Harnkrebs umfassen die Entfernung des Krebswachstums, die Entfernung einer gesamten Niere oder der Blase, wenn der Krebs stark invasiv ist, eine Chemotherapie und Bestrahlung. Ziel ist es, den Krebs abzutöten und zu verhindern, dass er sich ausbreitet, bevor er benachbarte Organe beschädigen kann. Bei Patienten, bei denen die Blase entfernt werden muss, muss der Arzt eine künstliche Blase anlegen und ein Drainagesystem einrichten, was früher durch Ablassen des Urins in einen Beutel außerhalb des Körpers geschehen ist durch Einführen eines Katheters oder manchmal sogar durch die Harnröhre selbst, wie beim normalen Wasserlassen. Ein Onkologe kann mit einem Patienten eine bestimmte Prognose besprechen. Bei der Diagnose von Harnkrebs sollten Sie unter anderem die vom Arzt angebotene Prognose, die Anzahl der verfügbaren Behandlungsoptionen und das Risiko einer Metastasierung in Betracht ziehen. Es kann hilfreich sein, einen anderen Arzt zu konsultieren, um eine zweite Meinung einzuholen und eine andere Sichtweise auf die Situation zu erhalten, bevor endgültige Entscheidungen über die weitere Vorgehensweise getroffen werden.